66, Roman Rombel. In blue, there is Jakob Vukave, number 79. In white, Lukas Wienhage, number 1, number 25. In yellow, Stefan Karten, number 42. And in green, Martin Smolinski, number 84. So, meine Damen und Herren, die Punkte zählen, aber nur die beiden Erstplatzierten gehen ins Finale. Und wenn ich mir hier dieses Line-Up anschaue, da ist alles möglich, da ist alles offen. Ja, und es ist ganz klar definiert. Martin Smolinski war vor diesem Lauf an zweiter Position in dem Gesamtkasson. Der muss hier liefern, definitiv. So, Roman Rombel in Ruhr, der Jakob Vukave in blau, Lukas Wienhage in weiß, Stefan Karten in gelb und Martin Smolinski in green. Es gibt kein Zurück, es ist ein Gräte. So, und da geht die Fassade. Stefan Karten, der 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 Karten. Nur, wird hier immer besser an diesem Tag. Also, coole Nummer! Stefan Karten ist vorne! Dan Rombel, Dan Rombel, Dan Rombel, Dan Rombel, Janko Vukave, und Roman Rombel. Und dann ist das hier in der Gäste und die andere Wiener, weil wir alle drei Leute, die uns für uns hier probieren, klar ist, versuchten jetzt hier außen vorbeizugehen. Und da hat er es gewagt. Und mal ist für uns gefühlt. Und dann, Stefan Karpf, Lukas Wiener, der Jakob Wiener und der Rundfunker. Aber das war ganz, ganz gierig. Mit Tricks von Martin angedeutet innen und dann mit einem Schlag nach außen raus, um Stefan total gut zu machen. Und das hat funktioniert. Jetzt seid ihr hier mit einem riesen Ölfrau.